Der Inhalt, der mir bisher am meisten Freude gemacht hat, war das Thema, war das Modul Personalmanagement, Personalführung, was die anderen überhaupt nicht abwerten soll, aber das war halt besonders gut, weil der Dozent eine sehr gute Art hatte, das zu vermitteln, auch weil er nicht WWLer war, einen ganz anderen Blick auf die Dinge hatte und das Ganze unglaublich interessant rübergebracht hat. Ich habe mich an der Fachhochschule von Anfang an gut betreut gefühlt. Ich war ja zur Informationsveranstaltung und war danach in engeren Kontakt mit der FAM, weil ich natürlich auch noch Fragen hatte, weil abgestimmt werden musste, bis wann ich mich entscheiden muss und so weiter. Das hat wunderbar geklappt, ich fühlte mich sehr gut betreut, das war überhaupt nicht aufdringlich, aber es war immer kompetent und freundlich und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Und das hat sich fortgesetzt, seitdem diese Fortbildung wirklich angefangen hat. Alle Stellen, die man mal erreichen muss, sind auch immer erreichbar, sind immer freundlich. Es wird einem schnell geholfen und es ist sehr, sehr angenehm. Das kann ich überhaupt nicht anders sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020